Fertig? Ja. Gut, rechts. Ja, genau. Rechts. Von Warmachen. Links. Du hast vergessen zu schießen, oder? Links. Rechts. 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 Links. 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 Rechts. Rechts. Links. Rechts. 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 Gerade. Rechts. Wo soll ich noch einschieben? Unglaublich. Sechs. Sehr schön. Ungeraden. Ach Mensch. Danke. Gut. Drei. Sechs. Sechs. Jawolli. Sehr schön. Drei. Wie machen wir? Zehn Minuten. Das waren sie. Sechs. Halt. 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 Und abgefallen. Drei. Halt. 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 Ungeraden. Sehr schön. Nische. Halt. Sechs. Sek. Halt. Es ist echt sehr gut. Jan! Uff! Pass doch auf, ich sag doch Jan! Ja, gehöre! Vier! Der Dämmner hätte ich jetzt nicht geredet. Hast du denn mit vier gesehen? Hast du so gesehen recht? Ich dachte, du warst jetzt einfach drauf und sagst nö. Drei! Ich hab das heute auch mit der Kamera, oder? Sechs! Gut! Drei noch. Also, drei Stück noch. Drei! Ich hab mal den Ball gleich auf den Herzen. Ja, aber gegen den Ball da, Junge! Was? Ungerade! Jawohl! Und Bennet, den Ball da unten am Tor! Letzter! Letzter! Gerade! Sehr schön! Ja! 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 71 71 111 11 11 7 36 36 Oh Mann ey! Sechs Stück, vier fehlen noch. Da hast du sogar noch irritiert. Achso! 81 Sorry, Leute! Sechzehn! Oh nein! Jawoll! 75 Sehr gut. Sehr guter Mann. Sechundachzig! Noch ein, noch ein, noch ein! Ja, ein noch. Ja, ein noch! Ja, da ist ja. Sechsundachzig! Das muss auch derjenige, der schießt, muss ja auch mitdenken. Ich kann ja irgendwelche wahllosen Zahlen wie zum Beispiel 22. Brauchen die Bälle. Sehr schön. Beben auf. So ein fünster Bällefahrt. So ist doch gut. Vier und fünf zu. Ah, schade. In Bewegung. 33. 37. 47. Was ist denn 47? Was? Ja, ich hab wegen 11 noch. Schön, so eins. Ah, endlich mal die Eins. Okay. 72. 113. Ja. 113. Ja. Ja, ich denke ich auch schon weiter zurück, seit 15 Sekunden. Was? Ich hab übrigens nicht mehr mitgezählt, wie wir das waren. Machen wir noch drei Schritte. Wann? Wann? Was? 16. Ja. 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 Ja.